Je nachdem, was uns im Leben passiert, fühlen wir uns oft glücklich oder unglücklich. Wenn die Dinge gut laufen, halten wir uns für glücklich, aber wenn die Dinge schlecht laufen, beurteilen wir uns negativ und glauben, wir würden vom Unglück verfolgt. Diese ständigen Urteile über uns und das, was uns passiert, sind tatsächlich schwere Grenzen für die Gelassenheit, die wir im gegenwärtigen Moment empfinden könnten. In diesem Video führen wir Sie durch die Beseitigung solcher Grenzen mit Hilfe, einer starken buddhistischen Geschichte und am Ende werden Sie eine sofortige Befreiung von allen Konditionierungen spüren. Wir machen Ihnen dieses Versprechen. Folgen Sie dem Video bis zum Ende. Zu Zeiten von Lao Tzu in China lebte ein alter Mann in einem ruhigen Dorf. Seine Armut war offensichtlich, aber selbst die Herrscher beneideten ihn wegen seines prächtigen weißen Pferdes, ein Exemplar, das es nur einmal gab. Der König selbst trat an den alten Mann heran und bot ihm reiche Belohnungen im Austausch für sein kostbares Pferd an. Der alte Mann antwortete jedoch fest, dieses Pferd ist für mich nicht nur ein Pferd, sondern ein integraler Bestandteil meiner Familie. Wie könnte ich es jemals verkaufen? Auch die Nachbarn versuchten ihn zum Verkauf des Tieres zu überreden, aber vergeblich. Eines Morgens wachte der alte Mann auf und stellte fest, dass sein geliebtes Pferd nicht mehr im Stall war. Die Menschen aus dem ganzen Dorf versammelten sich und sagten zu dem alten Mann, wir wussten schon, dass das Pferd eines Tages gestohlen werden würde. In Anbetracht deiner Armut hättest du es besser verkauft. Du hättest einen guten Betrag bekommen können. Nun ist es verschwunden, ein Fluch, ein Unglück. Aber der alte Mann antwortete ruhig, übertreiben Sie nicht, sagen Sie einfach, dass das Pferd nicht im Stall ist. Ob man Unglück oder Glück hat, wer kann das sagen? Die Leute lachten und dachten, der alte Mann hätte den Verstand verloren. Er hätte sein Pferd verkaufen und komfortabel leben können. Stattdessen beharrte er auf seinem Zustand der Armut. Dennoch kehrte das Pferd nach einigen Tagen plötzlich zurück, gerade als alles verloren schien. Es war nicht gestohlen worden, sondern war in die Wildnis geflohen und mit ihm waren zwölf prächtige wilde Pferde. Wieder versammelten sich die Dorfbewohner in Erstaunen und riefen aus, unglaublich, das ist ein echter Glücksfall. Aber der alte Mann, der seine Fassung bewahrte, sagte, haltet ein, geht nicht weiter, sagt nur, dass das Pferd zurückgekommen ist und zwölf weitere mitgebracht hat. Aber beurteilt nicht, ob es Unglück oder Glück ist, wer kann das sagen? Die Leute schwiegen, obwohl ihnen klar war, dass diese zwölf prächtigen Pferde große Summen einbringen würden, wenn sie verkauft würden. Später begann der Sohn des alten Mannes, sein einziger Erbe, diese wilden Pferde zu trainieren. Aber eines Tages fiel er während einer Trainingseinheit von einem der Pferde und brach sich beide Beine. Wieder versammelte sich das Dorf und begann, vorschnelle Urteile zu fällen. Dein einziger Sohn hat die Verwendung seiner Beine verloren, er war deine Stütze im Alter. Was für ein großes Unglück! Der alte Mann, ohne seine Fassung zu verlieren, erwiderte, haltet ein, geht nicht weiter. Sagt nur, dass mein Sohn sich die Beine gebrochen hat, ob es Unglück oder Glück ist, wer kann das sagen? Einige Zeit später wurde das Land in einen Krieg mit einer Nachbarnation verwickelt. Alle jungen Männer des Dorfes wurden zwangsweise zum Militärdienst eingezogen, mit Ausnahme des Sohnes des alten Mannes, der aufgrund seiner gebrochenen Beine verschont blieb. Das Dorf versammelte sich wieder. Sie waren alle traurig über das Schicksal ihrer Söhne, die mit Gewalt weggebracht und ohne jede Hoffnung auf Rückkehr, da die feindliche Nation mächtig war. Es schien unmöglich, dass die jungen Männer nach Hause zurückkehren würden. Das ganze Dorf wandte sich an den alten Mann und erklärte, Das war ein Segen, dein Sohn mag hinken, aber er ist noch bei dir, während unsere Söhne für immer weg sind. Der alte Mann in all seiner Weisheit sagte, Fahrt fort zu Urteilen. Eure Söhne wurden gezwungen zu kämpfen, während mein Sohn bleiben musste. Niemand weiß, ob es Unglück oder Glück ist, wer kann das sagen? Wenn wir über unser Leben nachdenken, versuchen wir oft die Ereignisse zu kontrollieren, indem wir festlegen, was gut oder schlecht gewesen wäre. Wenn sich die Dinge so entwickeln, wie wir es wünschen, freuen wir uns. Aber wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es erhofft hatten, fühlen wir uns enttäuscht. Zu oft sind wir vorallig beim Beurteilen eines Ereignisses und beim Bestimmen, ob es positiv oder negativ war. Aber tatsächlich können wir nicht mit Sitscheheit wissen, ob etwas, das geschieht, wirklich gut oder schlecht ist. Wir können nicht vollständig vorhersagen, ob ein Ereignis sich langfristig als positiv oder negativ erweisen wird. Wie in dieser buddhistischen Geschichte geschieht, etwas, das zunächst wie eine gute Nachricht erscheint, könnte in Zukunft Unannehmlichkeiten und Probleme verursachen. Ebenso könnte etwas, das anfangs negativ erscheint, sich im Laufe der Zeit als äußerst positiv erweisen. Der alte Bauer in dieser Geschichte urteilt nicht, sondern akzeptiert einfach, was in der Gegenwart geschieht und in einem Zustand der Gleichmut, der die höchste Form der Ruhe darstellt, die wir erreichen können. Daher, wenn wir in unserem Leben immer glücklich sein wollen, sollten wir es vermeiden, vor eilig Dinge und Situationen zu beurteilen. Was hälte, wie ein Fluch erscheint, könnte sich morgen in ein Glück verwandeln. Seien Sie offen für Möglichkeiten und lassen Sie die Zeit die wahre Natur der Ereignisse offenbaren. Wenn Ihnen diese wertvolle buddhistische Geschichte gefallen hat, laden wir Sie ein, den Kanal Perlen der Weisheit zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um mehr Inhalte über Spiritualität und persönliche Entwicklung zu erhalten. Danke, dass Sie das Video angeschaut haben und denken Sie daran, nicht zu urteilen und offen für Möglichkeiten und Ereignisse zu sein, indem Sie in der Gegenwart leben. Hinterlassen Sie einen Kommentar, lassen Sie uns wissen, was Sie denken und Sie werden eine Antwort erhalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017